Liebe Zuschauer, aus gegebenem Anlass möchte ich Ihnen heute folgendes mitteilen. Heftel aus! Klassenarbeit! Und hört auf zu lachen, sonst setz ich euch auseinander, ihr dämlichen Hotznasen! Also, Textaufgabe! Wenn ein Land so unfassbar bescheuert ist, das Thema Bildung 16 verschiedenen Bundesländern zu überlassen, wie blöd ist so ein Land? Na? Na? Ich sag's euch, scheißenblöd! Leute, Leute, Kinder, singt doch unsere Zukunft, da muss man doch richtig Geld investieren und auch mal ein bisschen Liebe und Geduld. Hier, so geht das. Das hier, das ist der Kevin, mein Neffe, ein ganz ein Lieber. Also, Kevin, wir fangen jetzt mal mit Mathe an. Annette Schaban und Ursula von der Leyen fahren in ihren arschteuren Dienstwagen mit jeweils 185 Stundenkilometern aufeinander zu. Schreibt das, der Philipps, bitte! Verdammt doch mal! Und jetzt zur Frage. Die beiden Ministerinnen sind was? Meine Fresse! Das ist doch pipi einfach! Die beiden sind zwei strunzblöden! Die beiden sind zwei strunzblöden! ARD Text im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020